Hi, herzlich willkommen bei N8TV. Ich bin das Nachtölchen und heute zeige ich dir, wie du diese Weihnachtsschachteln bastelst. Du brauchst Tonkarton, einmal 19 x 10 cm und einmal 16,5 x 7,5 cm für den Deckel. Designpapier 12,5 x 3,5 cm, 2 x 12,5 x 2,5 cm, 2 x 5,5 x 3,5 cm und einmal 13 x 4 cm für den Deckel. Außerdem eine Schere und Kleber. Ich habe hier schon mal vorgefeilzt. Die untere Hälfte der Schachtel wird ringsherum bei 3 cm gefalzt und der Deckel ringsherum bei 1,5 cm. Hallo Lilly! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020